Und wir haben hier, wir haben jemanden gefunden. Mike. Mike. Hallo. Hallo. Ich bin, ich bin die Dost. Ich komme aus den USA. Aus? Aus? Ja. Okay. Mein Deutsch ist schlecht. Er kommt aus New York, hat in Prag gelebt, Deutschland. Ja, und jetzt ist er auf der Kloße. Ich wähle mich, dass ich auf der Kloße bin. Du weißt, warum? Ja. Die Grundlage, dass ich auf der Kloße bin, ist, weil ich einfach alles fertig bin. Ja. Ich verstehe. Alle Mädchen, die ich auf der Kloße bin, die Wälder, die ich nie hatte, ist nur eine große Linie. Ja. Das ist echt. Das ist echt. Ja. Schau, guck, guck, guck. Ein Vollzeitreisender. Ich finde es geil. Wir krischen hier in diesen Zaun rein. Äh, genau, hier ist ein Zaunenloch. Und hier hinterher werden wir uns einen Schlafplatz suchen gehen. Das wird nicht so richtig geil sein. So, wir haben jetzt hier einen vernünftigen Schlafplatz gefunden. Und zwar genau, genau hier, wo diese Graslandschaft ist. Und hoffentlich regnet es heute Nacht nicht, ähm, weil ich habe gerade keinen Bock, ähm, wie heißt das Ding, den Müllsack zu, äh, hier aufzumachen und den, äh, über uns rüber zu legen. Äh, genau. Und das hier, das ist Aussicht. Es ist da hinten Stadt. Und da unten ist Mittelmeer. Genau. Und dann, wie heißt das? Genau.